Besonders gut finde ich den Service. Hier ist es ja nicht nur der angemietete Arbeitsplatz, sondern auch das, was drumherum ist. Mein Name ist Jens Becker, ich bin Hausverwalter hier in Brühl und betreue auch die Kundinnen in Brühl und Umgebung. Für die Vermieter suche ich nette, solvente Mieter und die Mieter, denen schaffe ich und die betreue ich, damit sie sich wohlfühlen in ihren vier Wänden. Ich nutze das Paket FlexDesk, das ist ein flexibler Arbeitsplatz, flexibler Schreibtisch. Ich kann kommen und gehen, wann ich möchte, mich hinsetzen, wo ich möchte, nach oben, nach unten, da wo Platz ist. Ich habe superschnelles Internet oder das Haus bietet superschnelles Internet. Wir haben Strom, ich habe eine Reinigung für den Schreibtisch, das muss ich nicht alles zusätzlich noch bezahlen, als wäre es mein eigenes Büro. Ich habe wundervolle Menschen um mich herum, die ich bei Bedarf fragen kann, wo ich auch oder wo auch möglicherweise Kooperationen entstehen. Ich habe Kaffee, Getränke, alles drum und dran.